hallo leute hier stehen wir schön an der küste und wir brauchen noch ein paar pals die wir hier vielleicht finden werden in fox dahinten läuft wieder einer rum das ist schon mal gut da brauchen wir noch einen von machen am logo das war dann die auch die bonus punkte kriegen so da ist er ok hat ihn gleich abgewehrt ich brauche den ich hoffe das klappt dann wieder raus und leider haben meine jungs den kaputt gemacht ja war nix mal hier noch andere da hinten ist noch einer oder den müssen wir noch holen dann sogar zwei ist das hier für eine antif an dem morgen auch noch aber der ist leider schon kaputt der ist auch kaputt die waffe ist zu stark und den fox haben wir jetzt eingefangen das heißt es reicht also sind wir hier gerade weiter gucken ob hier noch was interessantes für uns ist ob hier dunkel das ist nicht gut da ist noch so ein fox brauchen wir jetzt nicht ist er aggro ne spring weg alles ist gut okay da ist eine kugel die nehmen wir mal mit wir müssen mal gerade in der fall pdr gucken wenn wir jetzt noch brauchen also den hatten wir den den brauchen wir noch 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 reichlich sogar von denen auch noch noch da fehlen auch noch von den tänen weiß ich wie sie heißen und selbst von dem blauen auch noch ein ok der lieb hier oben herum und dann fehlt sogar noch einer in unserer in unserem sortiment da jetzt habe ich da irgendwie auch so sehen die andere waffe an das sehe ich gerade also wenn die schießen dann hat sich es erledigt das war's dann du dankeschön na doch nicht, er hat nicht getroffen zum glück mein zweiter Teepfand ihr seid Helden, ihr könnt euch loswerden weiß ich auch nicht wo ist denn hier der nächste sprungpunkt gibt hier keinen, schade weil es wird jetzt dunkel ist ein bisschen doof in der nacht die pennen gerade schon der ist leider dabei drauf gegangen der auch das ist eine Kugel, ne? die müssen wir auch mal mitnehmen hier hab ich die aufgesammelt? jetzt ja oh, der da warum hab ich jetzt kein Dingens mehr Armbrust mehr in der Hand jetzt seh ich's noch nicht mal, ne? komm, jetzt machen wir's mit dem Dingens hier es ist leider zu dunkel, ich kann ja nicht erkennen, was ich hier in der Hand habe ah, das ist schlecht jetzt kann ich jetzt mir irgendwas bauen hier? ne, ich hab ja keine Station, dann kann man hier nix bauen oder kann man was bauen, das Lagerfeuer wäre jetzt interessant, ne? kann ich das trotzdem bauen? ich hab auch nicht genug Materialien dafür, na super weil das ist jetzt so duster das ist jetzt ein richtiges Problem, aber da krieg ich ja jetzt mal gerade die Axt am Start also wie's aussieht, geht das gerade nicht oh, das ist doof mit der Auswahl, ne? ah, und dann schießen die sofort die Helden hier das heißt, die krieg ich ja nie zusammen das heißt, ich muss demnächst mal an einer Fahrstation zusehen, dass ich das loswerde, ne? ein Teepfand kann ich die denn mit der Kugel bewerfen und die sind sofort bei mir drinne dann? dann ist er gleich tot dass der eine so lange gehalten hat, war schon ein Wunder, ne? wo sind wir denn hier kartenmäßig da? das heißt, wir gehen mal weiter hoch da oben, können wir noch ein bisschen was entdecken am Strand lang ein feuchtes Jumboi da ist noch eins, oder? ne, das ist eine Kiste Schauen wir mal Goldmünzen, Brot und Stahlschlüssel und da ist eine Seele, oder was ist das? weiß nicht was es ist ah, Tagebuchsteil und da ist eine Kugel, die nehmen wir auf jeden Fall mit aber lief da oben nicht gerade einer an, den ich vielleicht nicht kannte? der lief nämlich jetzt über Nacht oh, das heißt den brauche ich das ist bestimmt der, der fehlt vielleicht kriege ich den ja so jetzt haben sie ihn tot gemacht, so ein Shit, ey ach, ihr drei Helden, ey das ist der, der mir fehlte wahrscheinlich sonst Shit jetzt finde ich hier aber keinen, ne? habe ich noch eine Fackel dabei? habe ich aber nicht ausgerüstet, ne? komm, dann mach das mal gegen die Axt, weil die Axt kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen dann noch so einer? Nietebing Level 9 Warte mal, dann brauche ich doch meine Axt ins Armbrust wieder bei Level 9 jetzt sehe ich den allerdings nicht mehr, ne? so ein Shit aber auch der war doch hier eben der war doch hier eben habe ich ihn schon beim ersten Schuss erwischt? Fumos oder es wird gerade Tag und der ist schon verschwunden das kann auch nicht, die schlafen ja noch kein Gullet hier war der doch, Mann leider zu dunkel, ich sehe es nicht ja, schade das war es wohl jetzt graut der Morgen schon wieder ne Kiste paar Sphäre Megasphäre Goldmünzen, ok wo sind wir jetzt hier? ach wir sind schon wieder auf dem Heimweg ich wollte eigentlich hier noch hoch gewesen sein noch die habe ich noch gar nicht gehabt oder wie sehe ich das? kurz in die Palpedia, war das der dazwischen? ne der war das nicht habe ich den wirklich nicht gehabt? Creme Mais was ist der denn? doch, den habe ich doch schon gehabt oder? eine Pfeile Wolle? ne, habe ich schon zwölf Stück von keine Ahnung warum die Anzeige da war weil ich den vielleicht schon so lange nicht mehr hatte oder was? hier ist nichts, wa? aber ich hätte hier wenigstens doch, da ist eine Kiste siehst du ich wusste dass man hier lang geht und da kriegt man schöne Sachen jetzt habe ich mich ne doch nicht, ich dachte schon ich hätte mich jetzt hier eingebunkert ne ist ein Ei, ist gar keine Kiste aber so eins habe ich glaube schon es wird vielleicht sogar gerade ausgebrütet, weiß ich nicht da ist nichts komm wir schwimmen nochmal rüber weil irgendwie habe ich die Vermutung dass es lohnt das ist ein feuchtes Ei, keine Ahnung feuchtes Ei, keine Ahnung ah, da oben, oh, hat sich doch gelohnt Lass uns mal gerade einmal schauen Werte erhöhen haben wir einen Statuspunkt entweder Angriff Ausdauer, Gewicht Arbeitstempo würde ich jetzt am letzten nehmen Lebensenergie ja Ausdauer haben wir jetzt schon relativ gut gelevelt also wir können LP machen oder mal Gewicht Arbeitstempo arbeiten sollen die anderen da brauche ich das nicht machen glaube ich erstmal ja das ist nur ein Punkt Angriff so eine Sache ja auf der anderen Seite brauchen wir den aber beim sag schon bei manchen Gegnern haben wir doch schon Schwierigkeiten dass wir fast kaputt sind ich glaube wir machen das gut haben wir erstmal hier alles Technologiepunkte haben wir 8 und 1 Giftbogen da fehlt noch ich schätze mal der eine den wir da noch nicht gefunden haben den brauchen wir unbedingt aber das ist bestimmt ein Nachtwesen dann da müssen wir nachts nochmal auf die Jagd gehen Fleischerbeil, Wandfackel, Schaukäfig jetzt die resistente Fellrüstung Giftverarmbrust Feuerheizung wie soll die denn gut heizt sein Lager und schützt vor Kälte ok brauche ich jetzt noch nicht so direkt Kamin Set, Teppich Set Eiskühler und Steinbauset das wäre auch vielleicht interessant das Steinbauset wäre dann schon noch das am ehesten Olympisches Feuer kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager des Arbeitstimpfs und Feuerzeugen Feuerzeugung ok Schießpulver, Mindewerte, Demosition und Muskete aha ja das hört sich gut an ne 3, 4, 5, 6 Punkte brauchen wir dafür ja komm das machen wir doch mal ne vielleicht ist das noch besser die Muskete jetzt haben wir noch 2 keine Ahnung was das ist ob das gut ist Pangulett Panzerfaust hört sich natürlich auch cool an ne Schaukäfig wofür soll der gut sein achso da kann ich welche reintun damit die nicht hungrig werden ok weiß ich nicht das Sandsack Barriere ist jetzt auch nicht so dass ich die brauche Klamari Handschuh als Gleiter zu benutzen ja ist jetzt alles nicht so ok die Punkte behalten wir auf für das nächste Mal jetzt machen wir erst ein Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abob macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an dann kriegt ihr damit wenn ihr das nächste Video hochladet gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020